Herzlich Willkommen auf einem weiteren Video von mir Leute. Aktuell sind wir mit dem Bitcoin bei ca. 42.100 US-Dollar am Traden und wurden erneut von unserem Falling Ranch hier abgewiesen und rejected. Und wie es jetzt weitergehen könnte, werden wir uns gemeinsam in diesem Video anschauen. Ich habe noch etwas sehr Beängstigendes in dem Bitcoin-Chart gefunden. Also bleibt am besten bis zum Ende dran und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir machen direkt weiter mit dem Bitcoin auf dem 4-stündigen Chart und hier haben wir unsere Falling Ranch, welches wir schon seit einigen Tagen eingezeichnet haben. Das Falling Ranch ist generell ein bullisches Pattern. Allerdings wurden wir hier wieder mal an dieser oberen Widerstandslinie hier rejected, sind zurückgefallen exakt fast auf den US-Dollar, genau auf die untere Linie von unserer weißen Box, haben hier Support gefunden und sind momentan bei ca. 42.500 US-Dollar. Unser Preisziel von diesem Falling Ranch, falls wir hier aus diesem Falling Ranch nach oben hin ausbrechen sollten, mit erhöhtem Volumen, wäre unser Preisziel von diesem Pattern bei ca. 48.700 US-Dollar. Allerdings haben wir dazwischen noch weitere Hürden, die wir bewältigen müssen und diese schauen wir auch im Verlauf dieses Videos an. Wir haben noch ein interessantes Pattern hier auf dem 4-stündigen Chart. Schließen wir einmal unser Falling Ranch, haben wir noch hier ein interessantes Pattern. Wir sehen hier, dass wir hier ein perfektes Symmetrical Triangle gebildet haben und das Symmetrical Triangle kann genau wie nach oben auch nach unten hin ausbrechen. Und schauen wir hier unser Preisziel von unserem Symmetrical Triangle an, sehen wir, dass wir hier ebenfalls ein interessantes Preisziel haben. Legen wir den Breakout Point hier an diese Stelle circa, sehen wir, dass wir fast auf den US-Dollar genau hier auch unser Preisziel von unserem Falling Ranch haben, wo wir hier unseren Widerstand erwarten bei ca. 48.600 US-Dollar. Allerdings könnte dieses Pattern auch nach unten hin ausbrechen und schauen wir uns das Preisziel nach oben an, ist es bei ca. 36.899 US-Dollar. Allerdings denke ich nicht, dass wir so weit mit dem Preis fallen werden beim Bitcoin, falls wir aus diesem Pattern nach oben hin bzw. nach unten hin ausbrechen sollten. Wir sehen hier, dass wir hier exakt unten 1, 2, 3, 4, 5 Touchpoints haben und an der oberen Stelle haben wir 3 Touchpoints von diesem Symmetrical Triangle. Und legen wir hier auf dem 4-stündigen Chart unsere einmal, unsere EMA Ribbons, darüber sehen wir auch hier exakt, dass wir es unbedingt schaffen müssen, unsere EMA Ribbons nach oben hin zu durchbrechen. Diese liegen hier ebenfalls fast auf der oberen Widerstandslinie von unserem Symmetrical Triangle. Denn wie wir sehen, wurden wir seitdem wir hier mit dem Preis gefallen sind, immer wieder von unseren EMA Ribbons auf dem 4-stündigen Chart hier rejected. Und mit jeder Rejection fallen wir hier zurück in unsere weiße Box, welches in nächster Zeit sehr, sehr gefährlich werden könnte. Und wechseln wir hier einmal auf den Daily Time Frame, sehen wir hier auch eine interessante Sache. Denn aktivieren wir hier einmal unsere 20er und 50er Moving Average, sehen wir, dass hier unser Crossover, welches wir gestern schon vorgeahnt haben, jetzt stattgefunden hat. Und dieses Crossover ist meiner Meinung nach kein gutes Zeichen für den Bitcoin. Denn gehen wir hier einmal zurück in die Vergangenheit, sehen wir exakt an dieser Stelle, dass wir hier ebenfalls ein bearishes Crossover hatten. Das heißt, die 20er Moving Average ist unter die 50er gefallen und daraufhin folgte hier eine extreme Korrektur bis runter auf ca. 29.500 US-Dollar. Und gehen wir hier weiter wieder in die Vergangenheit, sehen wir, dass wir so einen ähnlichen Fall nochmal hatten. Genau, hier exakt an dieser Stelle hatten wir nochmal ein bearishes Crossover und sind hier bei diesem Corona-Dump hier runter bis auf ca. 3.800 US-Dollar gefallen. Und so ein Beispiel gibt es öfters. Wir haben hier nochmal exakt ein bearishes Crossover gehabt. Hier, dass die 20er Moving Average unter die 50er gefallen sind und wir sehen hier, dass wir wieder hier mit dem Markt weiterhin korrigiert sind. Und dies ist auch die Gefahr, die momentan lauert für den Bitcoin. Denn es könnte sehr gut sein, dass wir jetzt nochmal eine Korrektur hier beim Bitcoin sehen. Und legen wir hier unser FIP-Retracement-Tool einmal von unserem Swing-Low bis zu unserem Swing-High auf dem Daily-Chart, können wir hier sehr schön sehen, wo unser nächstes Preisziel sich befinden könnte, sollten wir unsere Support-Box hier nach unten durchbrechen. Hier sehen wir, dass unsere 0,5er FIP-Linie hier super Support hier geboten hat und sollte diese 0,5er FIP-Linie fallen und wir mit dem Preis unter die 41.113 US-Dollar fallen sollten. Ich denke dann, dass unser nächstes Preisziel hier sich bei ca. 38.345 US-Dollar bewegen wird, wo wir auch unser 6.18er FIP-Level haben, unser Golden Pocket. Ich denke, dass wir an dieser Zone auf jeden Fall den nächsten großen Support zu erwarten hätten. Sollten wir aus dem Symmetrical Triangle nach unten hinaus brechen, wie gesagt, wäre das mein bearisches, bearisches Preisziel für den Bitcoin. Wie gesagt, sollte dieser Support nicht halten von unserer weißen Box und wir es nicht schaffen sollten, hier über das 382er FIP-Level nach oben hinzukommen, dann denke ich, dass wir definitiv hier mit dem Preis fallen könnten und hier einmal die 38.000 US-Dollar antesten könnten, bevor wir hier einen Pullback sehen und mit dem Preis weiter steigen. So, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, bleibt alle gesund und bis morgen.